Und dann sagen sie natürlich, ah, das ist voll Sellout, voll Ami-mäßig. Was für ein Ami-mäßig, Alter. Rap kommt aus Amerika, ihr Vollidioten. Alles, was ihr macht, ist aus Amerika. Alles, was ihr redet, dein Cap, alles kommt aus Amerika. Was für den Dreck gemacht, in meiner Ikea ist was schon lehrt. Von 70 Cent, 10 Minuten am Stehen, sehr gut. Hab Zeit mit meiner Mutter, um über's Wetter zu reden, geh ins Museum. Kann es etwas Besseres geben? Nein, es ist ein Charme, wenn die Bahn sich verspätet. Und man den Anschluss verpasst etwa in Bremen. Ist sicher eine tolle Straße, schau ich nur in den Bahnhof an. Komm mit uns, verschwende, denn es heißt ja kein Humpelmann. Irgendwo gehen wir schon hin, überall sind sie im Weg. Gucken, was der Tag ausbringt, was der Tag ausbringt. Komm mit uns, verschwende, dein Zeit. 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 Wow, gut Mist. Ey. 6 Uhr, wenn der Kanzlingel, dich muss aufstehen. Facebook-Mail checken, gucken, was man Twitter gibt. Die Schüttel springen, grad neues Album raus. Hütteln drauf, wo man nebenbei den Power-O-Clauen. Als Rockstar ist das gar nicht so leid, bei jeder Party dabei. Den ganzen Tag breit, mit 40 schon Rettner, genau so muss das sein. Hey, machst wie ich, schon verschwende, dein Zeit. Irgendwo gehen wir schon hin, überall sind sie im Weg. Gucken, was der Tag ausbringt, was der Tag durchbringt. Komm mit uns, verschwende, dein Zeit. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.